es ist mein kleines workout video ich bin jetzt gerade fertig aber dieses video werde gerade checken und zwar seht ihr dieses baby hier der traktor reifen 110 kilo schwer ich zeige euch ein bisschen was man damit so ein bisschen anstellen kann von den fitness hämmern dahinten bis zu den tireflips und squat jumps alles drin kleines workout bin jetzt schon durch hab und richtig durch check das aus viel spaß und 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 ich und 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.